Ich hab Lambo gerade freigeschaltet, wie ist das denn? Oh cool, oh manno, ich wollte ihn gerne auswählen! Hey, lepp an das! Lass mal auf Chris warten, so ist das langweilig. Okay, wir lassen beide Chris vor. Oh, tut mir leid! Warte, wir stellen dich jetzt mal auf eine Linie. Mal sehen, welcher besser zieht. Wo seid ihr denn? Wir warten auf dich. Oh, oh, falsche Richtung. Scheiße, wie wird das gemacht? Chris! Sag mal, wie kann man denn so lange brauchen? Ich war gerade noch bei dir. Wo bist du? Alter, mal stehen! Wir stehen doch schon seit 5 Minuten. 2 Hours later. Es ist schon Nacht geworden, man. Es war gerade noch Tag. Wo bist du? Könnt ihr das sehen? Hey, was ist das denn? Die Horscher wurde umgefahren von einem normalen Autofahrer. Weil wir hier auf der Autobahn stehen und auf dich warten. Wo bist du? Mein Gott, das kann nicht so schwer sein. Nein! Ich komm ja schon! Ich komm ja schon! Aber komm tatsächlich! Chris! Nein, nein! Hallo! Du sollst dich nach... Hey, Chris! Hallo! Nach rechts! Ja? Nee? Nee! Das geht nicht! Nee! Drei... Zwei... Eins... Der ist auch gleich hochgefahren! Los! Oh verdammt, ich hatte Caps nicht shift! Der McLaren zieht ja ordentlich! Ja! Mein F zieht gar nix! Alter, Philipp, wir fahren 300! Oh! Hab ich gar nicht gemerkt! Ey, ich hab einen Platten! Mann, Philipp! Weißt du gerade irgendwie gut gestillert bist! Kann ich mir lenken! Gern geschehen! Ich glaub, ich hab auch immer einen Platten! Ja, genau! Du hast immer einen Platten, Bruder! Ja! Nein! Sieg! Für dich! Äh... Chris, sicher, dass du nicht richtig, richtig quenzt? Ja! Ich hab nicht vor, euch entgegenzufahren und euch zu rammen! Äh, wir sind schon fertig! Oh! Das ist nicht Mario Kart! Verdammt! Ey, wir nehmen den Land Rover! Nein! Doch! Ich fahr mit Land Rover! Chris, du hast das OP-Auto des Jahrhunderts und wir fahren Land Rover! Ja, aber du fährst nicht andauernd gegen Wände! Alter, diese Beschleunigung, ne? Ja! Sag mal, kann es gerade sein, dass Chris mit einem Ford GT uns zwei mit einem Land Rover evoked davon kommen lässt? Ja! Mann, ich hab mich verfahren! Wie kann man sich denn verfahren? Wo soll ich wissen, dass wir hier auf einmal ins Industriegebiet fahren? Es ist eine grüne Linie auf der Map! Bist du blind? Ich hab Problem genug, dich in andere Autos reinzufahren! 3 weeks later! Und wieso kommst du von da? Hi! 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 Du bist dritter geworden! The worst need for speed player in the whole world! Park up! Wir sollen da oben parken! Ist das die Challenge? Oh! Oh! Hier kriegt man Punkte! Achso! Ja, ja! Aber nur einer! Scheiße! Wie geil! Was ist denn? Kannst du Chris da mal bitte runterhauen, der gewinnt das Ding noch! Das passiert nicht! Scheiße! Bleib drauf, Auto! Sag bloß, du bist da oben! Wo bin ich? Nein! Das ist einfach runtergefallen! Das fällt einfach runter, Alter! Ja! Habe ich ausweichen sollen? Nein! Nein! Philipp, hau ab! Ah! Ah! Nein! Nein! Sauber! Scheiße! Wie geil war der denn? Hast du das aufgenommen? Ja! Ach du Scheiße! So, schön viel Anlauf! Ja, Philipp, komm mal her mit deinem Anlauf! Hi! Ich werde dir das Spiel verlassen! Deine Verbindung mit Autolock wurde unterbrochen! Ich wollte gerade springen! Mann, ich bin gesprungen! Und es ging nicht los! Ja, von Jesus!